Aber ja, weinen Sie ruhig. Weinen Sie ruhig, das erleichtert. Ich bin da, ja, ja. Das ist vollkommen richtig, wie Sie das sehen. Und wenn man jetzt aufeinander zugeht, dann würde die Spannung nachlassen. Davon bin ich überzeugt. Gut, wer wagt, gewinnt. Ja, gute Nacht. Das will ich, Mama. Ja. Vielen Dank.